Oh, nein, es ist nur die Corruption. Zu schade, dass die Ingame-Zeit eine Uhr benötigt, so dass man die sieht. Hilfe, das kann nicht gut gehen. Doch. Wurm! Ah, stirb! Putter Wurm. Wir könnten uns theoretisch hier runtergraben. Da links ist irgendwas. Oder ist das hier links der Dungeon? Nein. Ich glaube, es wird langsam dunkler. Okay. Dann komme ich gleich mal. Ich bin jetzt hier eh gerade durch. Okay, hier ist irgendwie nix. Ah, hier drüben leuchtet was. Ah, hier links unten sehe ich den Dungeon. Hier unter mir. Ja, aber da machst du plötzlich Puff und du bist tot. Ja, ja. Und du zu weit in den Dungeon gehst. Darum solltest du nicht rein. Nee, nee. Ich habe es nur gesehen. Ja, es scheint dunkel zu werden. Ich mache mal hier wieder unser Loch zu. So. So. Dein kleiner Ding wird uns helfen. Dein Stab wahrscheinlich. Ich habe ihn auf jeden Fall mal ausgerüstet. Ich mache auch drüben nochmal Licht etwas. Was? Nein. Ah, jetzt hat er wieder gewechselt. Und schon habe ich meinen Goldstab hingeschmissen. Wieder mal. Das ist so nervig. Dass der den einfach so. Glück habe ich 10 gekauft. Ich habe gerade einen grünen Leuchtstab weggeworfen, weil ich keine Fackeln mehr hatte. Hat er auch gewechselt und ich wäre fast hinten runter gefallen. Wo wir geöffnet haben. Um runter zu springen. Ah, es sind Zombies da. Es müsste jetzt dann gehen. Okay. Hoffe ich mal, dass ich da gut drauf komme. Kann in die Hose gehen. Ja, warte ich. Ich baue dir mal hier noch eine kleine Stiege. So. Kannst du da hoch springen? Um hochziehen. Nach rechts kannst du hoch springen, oder? Soll ich hier nochmal? Ja, das schaffe ich schon. Ja, so müsste es eigentlich gehen. Okay, dann auf in die Verdammnis. Jupp, jupp. Bereit? Ja. Oh. Große Skeleth. Er macht ziemlich einen Schaden. Okay. Kommst du zu mir? Komm hier nicht drauf. Keine Chance, ich komme da nicht drauf. Okay. Warte, ich baue dir eine grössere Treppe. Und ich kriege abartig Schaden. Jetzt. Jetzt werde ich nicht überleben. Au, au, au. Das Ding hält ganz schön was aus. Ja. Das war eine dumme Idee. Naja, es geht eigentlich. Ich kriege so viel Schaden. Ich kann mich nicht heilen. Autsch. Komm schon, gleich kann ich mich heilen. Okay, geheilt. Oh, der hat den falschen Trank genommen. Geht's? Ja, noch geht's. Ja, noch geht's. Immer in die Richtung wechseln. Ich glaube das ist das Beste. Das Jojo hat zu wenig Reichweite. Au. Au. Ich müsste den... Äh... Bogen ausrüsten. Warte mal. Ich probiere mich mal... zu verziehen. Aber er ist auf mir. Au. Au. Au, au, au. Er hat schon halb unten. Überlebe. Kannst dich heilen? Und gleich... Au. Jetzt. Aber ich habe halt nur... 50, äh... Leben-Heilungsträume. Ja, warte mal. Ich kann hier Sterne regnen lassen. Uah, nein. Aber die scheinen keinen Schaden zu machen. Oder? Doch. Oh, gibt's denn mir gerade? Ja, ich seh's. Ich bin gleich tot. Dann komm runter. Dann geht der auch auf mich. Muss weg. Ich hab 40 Sekunden kein Leben mehr. Ja. Reicht es, seinen Kopf zu zerstören? Möglich. Nein. Überlebe schnell. Ja. Kann mich gleich wieder heilen. Kann nicht spawnen. Ja. Okay. Jetzt kann ich spawnen. Überlebe noch kurz. Ja. Ich bin hier. Ja, ja. Sehr gut. Er ist fast tot. Ich glaube wir müssen erst die Hände zerstören. Er kriegt irgendwie keinen Schaden mehr. Okay. Vielleicht bist du auch tot, oder? Ja. Kann erst. Wow, ich leb noch 4. Ja. Dauert ewig bis du spawnen kannst. Ja. Wow. Nice! Hab ihn! Man konnte ihn doch also töten. Ja. An seinem Kopf. Komisch. Ich hab ewig drauf geschossen. Nichts ist passiert. Ja, passt auf jeden Fall. Nice! Das heißt, ich muss aber trotzdem nochmal zu dir. Die letzte Warm-Hall-Potion. Die letzte Warm-Hall-Potion. Die letzte Warm-Hall-Potion. Die letzte Warm-Hall-Potion. Ähm. Ähm. Ja, es wäre intelligent gewesen. Erst noch eine. Ja. Wäre intelligent gewesen, doch zuerst in die Hölle zu gehen. Bessere Arm-Rüstung zu holen. Aber wir haben es geschafft. Ja. So war es wenigstens eine Herausforderung. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben es geschafft. Immerhin. Zwei Ebenen waren auch nicht schlecht. So konnten wir machen das nur auf einen losgehen gleichzeitig. Ja. Oben war der grosse Vorteil dann. Ich konnte mit dem Schwert hier ziemlich gut Schaden machen. Das heißt, du hast jetzt den Schlüssel gekriegt? Oder was auch immer? Keinen Schlüssel, aber wir können jetzt rein ohne zu sterben. Ah. Okay. Sehr gut. Warte, ich es im Kopf habe. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch und wir gehen alle drauf. Lass mich raten. Das wird passieren. Ne. Glaube ich nicht. Wir bräuchten mal bessere Heiltränke. Ja. Ähm. Dungeon Buch. Dungeon Buch. Ohne Truhe. Ein goldener Schlüssel. Sehr gut. Ah, das wäre der. Eisenbahn. Rope. Recall Potion. Ähm. Nichts bewegendes. Okay. Mit der Dungeon scheint aber, kommen da noch stärkere Gegner oder ist das... Ah, je tiefer man geht, desto höher ist die Spawn-Route. Das weiss ich auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. 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 Gut für unseren Baum. Ja. Die können wir ja Violett und Blautönen machen. Das sieht ja gut aus. Das sehen wir auch noch cool. Das sehen wir auch noch cool. Das sehen wir auch noch cool. Lass sehen. Ich nehme die mal alle mit, wenn es geht. Okay. Oh. Ich öffne mal. Ja. Oh, noch so einer. Oh, Muramasu. Murasama. Das ist das... Spezielle. Spezielle. Ich brauche das Nike Dash. Ja. Boah, schau dir das an. Holy. Hu 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 hu. Sonst leider nichts. Okay. Achtung. Ja. Die Ecken da machen Schaden. Ja. Ähm. Angry irgendwas. Oh, Achtung Magier. Lol. Gebundene Mechanik können wir befreien. Ähm, ja. Cool. Wird es bei uns einziehen. Cool. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel für die Truhe. Ja. Ah, nein. Genau die machen Schaden. Ich habe, glaube ich, keine. Ich habe dir einen zugeworfen. Ja, ich habe noch eine. Was für ein Verschleiß. Oh, Mann. Mach den mal weg. Ja, ich komme mal zu dir. Kann ich? Ja. Ja. Das Ding hat extrem viel. Wie eine Truhe. Hast du die Truhe aufgemacht mit dem Schlüssel? Nein, ich habe keinen Schlüssel. Der verbraucht sich ja. Aha. Die eine hatte auch schon welche. Etwa hatte ich noch einen, aber ich habe gelesen, der verbraucht sich so. Ein Kobalt Schild. Oh, das glaube ich ist gut. Ein Abwehr. Ein Abwehr. Aber ich kann es nicht mehr zurückgeworfen werden im Kampf, glaube ich. Ja, das siehst du. Auf jeden Fall mitnehmen. Was sonst noch? Flammfrei, Wackeln, Silberbahn. Hatte ich vielleicht nochmal ein Gold. Ich probiere es trotzdem mal da drüben. Nein! Achtung! Ich bin tot. Der Zombie hat mich in die Stachel geworfen. Ja, das kann ich nicht mehr öffnen. Ich habe den einfach wohl noch. Ah, scheiße. Was brauchen wir eigentlich aus dem Dungeon? Den Schattenschlüssel. Ah, naja. Super. Ich lauf mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, dass wir uns die eine Rüstung erstholen. Die bessere. Und die eine, das Feuerschwert. Mit irgendwie 37 Schaden oder so. Scheiße! Ja. Ja, das würde schon gehen, wenn ich nicht allein wäre. Das ist das Problem. Ich hätte durchhalten müssen, bis du hier gewesen wärst. Aber war zu schwierig. Hast du noch eine Potion? Ja. Okay. Ich bin nämlich gleich wieder da. Warte noch. Da war nämlich ein Schleim. Der droppt immer einen goldenen Schlüssel. Und dann, ja. Der Armdrang war einfach zu gross. Okay. So. Dann wieder runter, oder? Mhm. Möglichst nicht sterben. Wir können... Ähm, die grünen Lampen kann man glaube ich auch abbauen. Mhm. Ja. Ich muss meine Metall bereinigen. Du findest so viel Müll hier. Ja. Das ist wahr. Ah, hier ist wieder so ein Magier. Ah. Und der schubst mich runter. Ganz schlecht. Oh da schnell killen. Der müssen killen. Ähm, ich bin grad irgendwo ganz anders. Ich kille gerade in Magier. Hast du ein Schleim gekillt? Ja. Aber du hast ja keinen goldenen Schlüssel gehabt. Gibt wohl mehrere Schleime. Was ist Gold? Gold Dingens, Au, Magier, was war das, ja da ist so ein Magier, ja ich meinte, das meine ich nicht, was denn, ich habe mich verwählt, darum, Achtung, so hier geht die Part, ja, Au, auch mehr Gold Schlüssel, da drüben ist eine Tour, aber die können wir nicht aufmachen, oder, ja, auch mehr Gold Schlüssel, Boah, das ist so ein Angry, Unbedingt Fakten platzieren, ohne Warm-Hall-Potion, Okay, schön, da oben ist so eine Feuerkugel, Ah, wieder eine Fall, Ah, Mann, ich bin gleich wieder tot, Kein Halbtrank, Ah, jetzt bist du in die Falle gelaufen, habst mich getroffen durch das, Ah, ich habe die Falle mal abgebaut, Oh, siehst du das, Tür und dann Stacheln dahinter, Achtung, hier braucht es auch, Hier ist nichts, Ich spawnen wie wild, Ja, Wow, ich bin gleich tot, Wir haben noch 32 Leben, teilen mich mal, Hier, der Gegner kann einen Schlüssel droppen, Okay, Ich habe zwei goldene Schlüssel, sehe ich gerade, Ah, sehr gut, dann kannst du die Truhe da links oben öffnen und die hier, Links oben? Ja, du bist da drüber gestanden, Die da, Die ist ja schon offen, Da oben? Ah, ja, Jetzt weiß ich, was du meinst, Ah, Magie, Achtung, Ich habe etwas wenig Leben, Nein, Ich sollte es nicht auf die Stacheln springen, Achtung, da kommt Feuer, Oh, das hat keinen Schaden gemacht, sonst wäre es jetzt so gewesen, Ähm, es hat mich nicht berührt, Ein magische Rakete, Ja, nimm du, Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus, Ähm, Gold, Recall Potion, Verlangsamt Sturz-Tempo, Magische Rakete, Oh, Ja, das sieht gut aus, 50, Ja, Oh, kein Mana mehr, Okay, Das Ding braucht etwas viel Mana, Mit etwas meine ich extrem viel, Von 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 Bis zum nächsten Mal.